Wir müssen das Ziel erobern! Es geht los, Marsch! Wir rücken ab, macht schon! Kommt noch was nach dem fünften Kapitel? Eigentlich nicht. Ist das so wenig an Singleplayer? Entschuldigung, das musste mal sein. Dreck vor uns im Gebäude waren Leute. Ich musste hier mal grad durch. Entschuldigung, ich muss hier grad durch. Vor uns ist ein Panzer. Ich bin getroffen. Nicht mehr im Spiel. Schießieren, ich repariere. Ich seh ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht treffen. Ähm. Okay, wir sind dauernd. Alter, wie kann er mich so schnell kaputt schießen? Ich hatte grad eben 87. Und plötzlich war ich 25 nur noch. Ja, das hatten wir ja vorher auch mit dem ganz großen sogar. Ich weiß auch nicht wie das geht. Ich bin Cäsar. Wir werden, glaub ich, grad, äh, hart. Äh, nicht. Jetzt haben wir einen Panzerzug. Oh, jetzt schon? So früh? Aber ich glaub ich hätte grad eben... Egal. Oh, geil. Oder wie kann... Man muss den reinjoinen, ne? Man kann nicht einfach so reingehen, ne? Mh, man kann, glaub ich, auch reingehen. Ich müsste eigentlich gehen, wenn der auf Platz drin ist. Unser Panzerzug ist eingetroffen. Oh. Komm schon, komm schon. Nein, nein, nein. Ja, ich bin drin. Jo, nice. Hallo. Er schießt aber nicht so weit, das Geschütz. Er ist ein unterschiedlicher Geschütz. Ich hab so eins von einem Panzerzug geschützt, hab ich grad hier. Und du? Also auch sowas ähnliches. Okay, macht schon Spaß, wenn man drin ist, aber... Genie zu kämpfen ist echt scheiße. Ja, das wird so... Wir haben Einsatzziel David erobert. Jetzt guck ich... Dreck neben mir so ein Pferd. Okay. Also mit Reiter. Oh, Flugzeug. Halt mich jetzt, Flugzeug! Wir verlieren Einsatzziel David. Fährt der hin bei... Wir haben F erobert. Ja, D wird grad erobert. Dann warum fährt der von D weg? Ah, weil... Weil F wieder... Ja, F wird eingenommen. Ah, jetzt wird er. Das ist ein feindlicher Sturm, Soldat! Das bin ich hier, der grad schießt. Das sind meine Schüsse. Oh, Flugzeug. Das bin ich. Ja. Ja, du kannst... Ja, du kannst... Ja, gut erwischen. Das ist ein guter Schuss. Fahrer gab. Dort in dem Eisenbunding. Ich habe 6 Kontakt zu einem freutlichen Soldaten. Was macht der Typ? Äh, hallo? Weiß es nicht. Die Oberhand. Alter, hat der ein Rad ab? Wir haben das Ansatzziel Albert verloren. 37. Ah, feindlicher Sturm, Soldat! Was fährt der wieder weg? Hallo! Da, ein Speer! Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Und im. Wir haben Einsatzziel Albert erobern. Ich glaube, wir sterben gleich. Äh, was macht der? Man fährt immer... Schneller! Hallo! Hallo! Hallo? Ich glaube, das wird nichts mehr. Hallo! Okay. Ich springe. Jetzt noch. Oh! Jaaaaah! Oh, ich habe gerade noch geschafft. Als du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass du nur noch 3 HP hast. Ja. Okay. Wir haben es ein bisschen verkackt. Da drüben, Speer! Michi, warte! Oh, bin drin. Wir können versuchen, B einzunehmen. Ja. Wir kämpfen hier ein bisschen auf verlorenen Posten, aber vielleicht schaffen wir irgendwas. Ja, und so. Jetzt hast du. Komm über die Mauer am besten. Wow. Oh! Oh! Wir drinnen, irgendwann erst mal. Mensch, Mensch, Mensch! Wir nehmen noch so viele mit, wie wir können, ne? Hallo! Hm? So mache ich das eigentlich nicht, aber okay? So, ich dachte, meintest du. Ne, ich mein, da wär jetzt hier grad... Von hinten! Wo bist du? Oh ja, ich seh sie Ja! Oh, grad noch geschafft, zwei Leute gemestert Oh, das war knapp Weil der zweite hat sich dann umgedreht Und dann musste ich halt da so ein Messer... Bei mir direkt am Fenster, bei mir direkt... Oh, hier unten auch Leute, hilf mir! Scheiße, er messert mich einfach noch Okay, gerecht Da waren zwei direkt am Fenster Ja, das Ding, ich wollte eigentlich den Typen erwischen, der dich messert Aber dann kam der andere Ach so, das war der dann draußen, ja Aufpassen! Feindlicher Sperre gesichtet! Ich bin hinter dir Panzer Oh! Boah! 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 jumping Boah! Oh! Boah! Wir fahren, wir holen mal eine Waffe hier. Ja, ich hab mir aber gar sicherlich. Ich hab nur mit Sisko gekauft. Ich gib mir Mühe. Check kurz aus. Du? Wieso? Okay, weiner. Hab ihn. Schnell rein, schnell rein. Bist du drin? Ich bin drin. Bin tot vom Bomber. Wie auch immer. Ja, ich war drin. Ah, die Runde ist vorbei. Wir haben noch. Das ist ganz knapp. Ganz knapp. 250 Punkte noch. Ganz knapp. Ja. Das. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020